Wir kommen jetzt zum Ballaufrangisch Abendrot. Es ist ein Wein von der Domäne Böttelsdorf, der wirklich im perfekten Preis-Leistungsverhältnis steht. Und auf der London Wine Challenge hat der Sortensieger die Goldmedaille errungen. Es ist ein Wein, der wirklich eine sehr animierende Frucht mit sich bringt, eine superfeine Würze und sehr elegant am Gaumen sich präsentiert. Und am allerbesten ist dieser Wein genossen, zu Tagesausgang mit Freunden und Familie. Ich wünsche euch alles Gute und viel Genuss mit diesem Wein. Sehr zum Wohle. Vielen Dank.